Willkommen zu einer weiteren Folge von dem Spiel Notruf 1.2, die Feuerwehr Simulation. Wir haben uns hier versammelt, um uns mal gemeinsam das Skinpack für die Feuerwehr Augsburg anzuschauen. Und was ist natürlich auffällig? Das blaue, Leute. Und das wünscht ihr euch, dass man, wie gesagt, starke Unterschiede zwischen den Skinpacks hat. Und dass ich mal sowas vorstelle und nicht zum Beispiel so eine Feuerwehr vorstelle, die so ähnlich aussieht wie die Feuerwehr Mühleim an der Ruhe. Also habe ich mir gedacht, Augsburg stellt sie vor. Ich muss sagen, ich habe das Skinpack schon etwas länger auf dem PC liegen. Jetzt ist es aber soweit. Ich habe noch ein weiteres Skinpack von dem Modder hier auf dem PC liegen. Was ich euch auch vorstellen werde in den kommenden Folgen. Und das wird erhältlich sein, nicht bei Steam, sondern ihr müsst euch das dann bei ShareMods herunterladen. Der Modder hat mir da einen Donut-Link zur Verfügung gestellt, beziehungsweise euch, den ich dann in der Videobeschreibung verlinken werde, natürlich. Und ich finde es richtig cool geworden. Wie gesagt, hier wieder Mercedes-Benz-Emblem und natürlich Feuerwehr Augsburg. Der Modder, der mir das zugeschickt hat, hat mir seine Bilder mal zugeschickt, wie das so im Realleben aussieht. Und das sieht schon richtig geil aus. Also ich muss sagen, wenn man so einen Vergleich sieht, das hat schon was auf jeden Fall. Weiterhin das Problem, was er auch gesagt hat, dass man das hier einfach nicht ändern kann. Hier hinter dem Lichtmasten. Das ist ärgerlich, aber wir sollten uns das Ding mal von vorne angucken. Also ich muss sagen, richtig, richtig schön gemacht hier auch wieder. Genauso wie so viele weitere Skin-Packs. Ich sag's immer wieder, weil ich feier's einfach. Wenn sich der Modder hinsetzen und dann so schöne Packs erstellen, dann nicht für sich selber, sondern auch für euch oder für uns. Wunderbar. Ja. Wunderbar, Leute. Und wo er noch, ja, immer wieder was verändert hat und wo ich auch die aktuellste Version jetzt von habe, die er mir zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür. Ihr natürlich bekommt die jetzt auch, wenn ihr möchtet. Ist der RTW und das Neff. Das hat er nochmal ein wenig verändert. Und schaut mal, was er da gemacht hat. Also, das ist natürlich erstmal, ich hab mich aufklären lassen, ähm, das sieht wohl teilweise auch so aus wie so ein VW, äh, Transporter oder so, so ähnlich. Ihr kam, also, bei vielen VW-Wern ist es aber Mercedes-Benz und deswegen das Mercedes-Benz-Logo, ähm, vollkommen in Ordnung. Sieht sehr gut aus. Ich wollte mal was sagen, okay, das ist, glaub ich, ein Standproblem, dass die Textur so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also, ganz ehrlich, das ist einfach so ein Meckern auf hohem Niveau, mäh. Als ob ich mich jetzt die ganze Zeit daran stellen würde, ach, Mensch, wunderbar. Wollen wir jetzt mal arbeiten gehen? Nee, so, äh, weißt du, das ist, guck mal, wenn es von so schaut, das sieht einfach top aus. Also, muss man einfach so sagen. Und hier haben wir natürlich das Neff. Besonders bei diesem Fahrzeug finde ich einfach mal das VW-Zeichen. Und hier natürlich hat er auch geändert die Felgen, die Radkappen. Stark, stark, stark. Also, sieht richtig, richtig cool aus. Ähm, ja, Notarzt, ich sehe das Bayerisches Rotes Kreuz. Da war ich ein wenig verwundert, muss ich ehrlich sagen, weil, ähm, das ist ja eine ganz andere Lackierung. Und da sieht man es mal wieder, das ist hier natürlich, ne, ähm, ja, sag mal, nicht die Feuerwehr, so sagen wir es mal so jetzt. Sondern halt das Bayerische Rotes Kreuz, ähm, jetzt wieder einer oder andere sagt, immer diese extra Würste. Das heißt doch eigentlich Deutsches Rotes Kreuz. Ja, in Bayern oder im Süden ist es halt ein bisschen anders. Äh, okay. Da fehlt noch nicht ein Fahrzeug. Ich weiß, ich, heute laber ich wieder so viel. Ja, ich laber immer so viel. Aber wir kommen heute noch, äh, in Einsatz. Keine Sorge. Da fehlt noch der ELV. Und das schauen wir uns jetzt natürlich an. Äh, besonders der ELV. Das ist halt der Einsatzleitwagen. Und dementsprechend sind wir heute auch in Augsburg, Leute. Wir sind in Augsburg und fahren heute einen Einsatz damit. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Ich habe so viele Skinpacks hier liegen, die ich euch alle vorstellen möchte. Ob wir da jetzt eine Folge raus machen oder zwei. Ich mal schauen. Mal schauen. Hier, das, äh, ist also der ELV. Finde ich schön. Finde ich wirklich schön. Auch wieder Mercedes-Benz-Logo drin. Und, oh, Leute. Und, hier, lass mal eben reingucken. Ah, da, da wird es geändert. Und da drin ist auch was. Oh, Leute, da müssen wir reingucken gleich. So, und hier schauen wir mal eben. Das schaut doch gut aus. Hier wurde nämlich auch was drin verändert. Ihr seht hier die Karte. Ähm, die, ich sag mal, die Weltkarte. Oder die Stadtkarte, sagen wir es mal. Ja, so, äh, schaut gut aus. Auf jeden Fall. Uh, Moment. Zumachen. Hallo. Danke. Und hinten wurde das Logo auch geändert. Jo, da wurde es auch geändert. Feuerwehr Augsburg. Gut. Und BF natürlich hier. Augsburg Beruf Feuerwehr 102. Gut. Ich würde sagen, wir machen uns einsatzbereit auf Wache. Und könnte es eigentlich losgehen. Super. Also, freut mich immer mehr, dass so viele, ähm, die Skin Packs zur Verfügung stellen. Ähm, hochladen. Also, nicht alle, muss man auch sagen, nicht alle Modder laden die, ähm, Skin Packs oder die Skins auf, äh, Steam Hope. Ist nur ein Steam Workshop. Weil, ja, weiß nicht. Die Gründe kenne ich jetzt nicht dafür. Äh, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Dementsprechend ist es natürlich ein bisschen komplizierter, ähm, ja, die für jedes Fahrzeug anzupassen. Aber das ist ja einmalig. Also, dass man die, äh, Skins dann, äh, eben umstellt auf die anderen Fahrzeuge. Aber das ist jetzt auch kein Problem. Ja. Ich habe schon wieder eine Frage gelesen. Und zwar die Frage, äh, wie fügt man die im Spiel ein? Und ich möchte an dieser Stelle nochmal fragen, wollt ihr ein Tutorial sehen? Oder, ähm, hilft euch das mehr, wenn ich euch das mal zeige? Weil, äh, ja, es ist natürlich schade, wenn ihr das immer seht. Aber ihr denkt dann immer, ach, ich kann das nicht. Wie geht das? Ja. Und, oh, Kleinflächenbrand. Das TLF muss raus. Okay, dann würde ich sagen, Maschinist. Feilchenweg, okay. Ja, und da könnt ihr mir gerne Feedback in die Kommentare schreiben. Der eine hat gesagt, danke der Nachfrage. Aber ich habe es hinbekommen selber. Das ist natürlich auch schön. Aber es gibt natürlich immer welche, die das dann, sag mal, nicht können oder nicht verstehen. Oder vielleicht auch noch zu jung sind. Ähm, das zu verstehen. Ähm, natürlich, ne? Man muss auch sagen, sind schon alle drin? Ne, ne? Ne, da fehlt doch der Kollege. Ach, da kommt er, okay. Da kommt er. Da kommt er. So, dann können wir. Da sind wir vollständig. Dürfen wir? Hallo, Entschuldigung. So, wir müssen links rum. Gut. Hier wurde das Logo nicht geändert. Ich glaube, das kann man hier nicht ändern. Ich habe so eine Vermutung. Ähm, aber vielleicht, ich glaube, der Modder schaut auch dieses Video. Vielleicht, äh, wird er dazu ein Feedback geben. Vielleicht dachte ich, ich habe es vergessen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er mir dazu was geschrieben hat. Irgendwas kann man nämlich nicht ändern. Beziehungsweise, die Dateien liegen vor, aber man kann es irgendwie nicht ändern. Das verstehe ich nicht so ganz. So, oh, hier ganz verwinkelt. Dann fahren wir nochmal an eine Sackgasse. Können eigentlich mal diese von dieser Seite kommen, oder? Ganz ehrlich. Ist doch, der Weg ist kürzer. Ich habe auch letztens gesehen, genau, ein Video. Da musste die DLK raus, so zwischen Autos her. Und die DLK hat tatsächlich die Autos beschädigt. Oh, ich mache mal hier einmal Matos von aus. Und, das darf die Feuerwehr dann wohl machen, wenn es schwerwiegend ist. Und wenn die handeln müssen. Ähm, dann, sag mal, dann dürfen die Fahrzeuge beschädigen. Natürlich kommt die Polizei und so weiter, die nimmt das dann auf. Ähm, aber wenn die Fahrzeuge dann blockieren. Ähm, und die Straße zu eng ist, dann, äh, also es ist echt spannend. Also, ich habe mir das Video tatsächlich, ich war echt, äh, er sagt sich so, Hä? Dürfen die das? Das, aber dann hat der, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war. Der Herr das erklärt. Und, ähm, das war natürlich plausibel. Also, vielleicht habt ihr auch schon mal so eine... Oh, sorry. Ich wollte schon wieder, äh, heimfahren. Ähm, auch schon mal so eine Situation erlebt. Vielleicht war auch euer Auto schon mal beschädigt von der Feuerwehr. So, jetzt dürfen wir fahren. Kann ja sein, ne? Äh, so, äh, interessant. Das fand ich echt interessant, muss ich sagen. Muss ich echt mal sagen. So, wir fahren heim. Zur Wache. Uh, ganz schön eng hier. Blinken wir. So, 30 durchgestrichen. Dann fahren wir auch. So. Ja, auf jeden Fall, das war echt coole, coole. Äh, das war echt eine coole Situation. Da haben wir so, ich habe Artikel vergessen. Meine Güte. Kann ja mal passieren. Hä, nee. Natürlich, für die Fahrzeughalter war das jetzt natürlich nicht so toll. Aber ich meine, ja, da kann man natürlich auch wieder sagen, warum stellt ihr euch da hin? In, äh, in, äh, im Einsatz. Muss man damit rechnen. Aber in dem Moment denkt man einfach nicht so weit. Man stellt sein Fahrzeug ab. Ach, hier ist ein Parkplatz frei. Äh, hier darf man parken. Und ich glaube, man durfte da auch parken. Ähm, allerdings war das schon echt eng. Und, ich meine, nicht jeden Tag ist halt... Es bricht ein Feuer aus in der Straße, ne? Oder, wenn überhaupt, mal ein Feuer ausbricht. So. Das haben wir erledigt. Also, spannende Situation, ey. Echt. Gut, steigen wir mal aus. Wunderbar. Würde sagen. Machen wir mal... Einsatzbereit auf Wache. Genau. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Tja. Ach, ich freue mich. Ich freue mich auf die ganzen Skinpacks. Aber ich fühle mich schon fast so, als ob ich so eine... Man kann nicht sagen, Mod-Vorstellung mache. Jeden Tag irgendwie eine Texturen-Vorstellung. Aber irgendwie habt ihr auch Bock da drauf. Ich merke das schon. Das Coole ist, ihr diskutiert da einfach mal mit. Ihr diskutiert richtig cool mit. Sagen wir mal, wie sieht es bei euch in der Feuerwehr aus? Und ja, wie ist das so mit den Lackierungen? Und wie findet ihr das Texture-Pack? Cool. Das freut mich natürlich zu hören. Dass es euch gefällt und dass ihr euch daran beteiligt. Dass es gut ankommt. Und super. Super. Gut. Ah, der Bildschirm ist gar nicht an hier. Mensch. Oh, geht's hier hin? Guck mal, der Kollege ist da. Oh, klein. Schau, wieder? Oh, komm. Halt mal als Truppführer. Achtung. Brandschutz. Kleinflächenbrand. Einsatz für TLF 2. So. Da muss das TLF raus. Mein Gott, heute ist aber nichts los hier. Da muss ich eine andere Folge machen, damit ihr nochmal komplett den Löschstück seht. Das ist ja hier gerade nichts. Ich meine, ich hätte natürlich jetzt auch sagen können. Okay. Wir warten noch. Bin ich heute so schnell hier oder wo sind die? Hallo? Ist da jemand? Ich warte. Hallo? Da kommt er. Okay. Alles klar. Ähm. Ja. Ich denke, wir machen aneinander vor. Weil ich möchte ja auch den ganzen Löschstück mal sehen. Wie gesagt, ich schaue mir ganz kurz vorher die Fahrzeuge an. Ob das so von den Texturen okay ist oder zeigbar ist. Oder ob ich die Texturen passend dran gemacht habe. Aber man muss ja auch mal die richtigen Teile finden. Und, ähm. Das passt da alles soweit. Und deshalb zeige ich es hier. Mensch. Wunderbar. Feuerwehr Augsburg hier am Start. Oh. Aua. Uiuiuiuiuiui. Bist du denn verrückt, Junge? Oh. Ein batiges Monster. Ist so. Tankstelle. Okay. Stellt euch vor, das brennt da. Das wäre doch mal so ein richtiger Großeinsatz. Hatten wir lang nicht mehr, ne? Obwohl, ja. Wir hatten, äh, letzte Folge. Ich glaube, letzte Folge war das. Ähm. Da habe ich euch Hamburg vorgestellt. Hamburger Pack habe ich euch zwei Folgen vorgestellt. Ja. Aber das packt wahrscheinlich auch. Gefällt mir. Auf jeden Fall. Hallo. Möchtet ihr mal fahren? Hallo. Hallo. Wir fahren gemütlich da hin. Hier ist der Kirchplatz wahrscheinlich. Oder der Marktplatz. Gut. Hier ist der Saturn. Oder was ist hier? Neptun. Oder der Club. Schwarze Türen. So. Ich würde sagen, am Einsatz dort eingetroffen. Wir steigen aus. So. Und dann müssen wir mal eben löschen. hol den Schlauch raus, Junge. Dann geht's los. Was brennt denn da? Eine Bank? Oder was ist das? Oh. Hi, der wird... Ja. Das war eine Bank. Ich glaube, die ist hinüber. Naja. Dann ist das so. Ja. Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt. Link zum Pack ist in der Videobeschreibung. Und diesmal nicht, ganz wichtig, nicht über Steam. Ähm, über Share-Mods. Aber ich habe mir da auch nochmal das komplette Packet downloadet. Ähm, funktioniert alles. Also, ihr müsst natürlich auch aufpassen, manchmal wegen der Werbung. Es kann sein, dass da was kommt. Aber ansonsten, ja, passt eigentlich alles. So, einsatzbereit über Funk. Und dann würde ich sagen, ich fahre nach Hause. Zeige euch dann in der nächsten Folge hier einen weiteren Einsatz. Mit der Feuerwehr Augsburg. Und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.